wir sind ja weiter will keiner von euch den anderen übertroffen als wärt ihr nur maschinen ach warte mal wie soll das denn gehen naja ach so ja ah nein ich will nicht warte mal mach doch da noch eins hin ja wieso ich kommst du denn wieder rüber da ist doch noch ein feld gewesen siehst du schon dass ich ein knopf ist der dafür da oben ist trotzdem muss man nicht da zum salabim da oben geöffnet pass auf seine fläche entstanden aber warum warte mal da oben ist ja warte mal ist irgendwie ein würfel in der nähe ja ich weiß das ja nicht bei mir zumindest nicht wenn ich durch geht dann verschwinden eh die portale geh mal wieder rauf und geh mal ganz normal nach oben da warte mal meine portale sitzen doch wenn ich jetzt zu dir rüber komme dann kannst du deine pot also meine portale durch deiner setzen warte doch mach mal mach mal umkehr so jetzt setze ich meine portale soll der scheiß denn hier so jetzt kannst du rausgehen warum ist nämlich so ein schutzschicht drin fehlt hier irgendwas das ist genauso wie umgekehrt das ist jetzt voll umgekehrt fehlt hier irgendwas bringt doch gar nichts ich frag mich ob hier irgendwas fehlt man da fehlen hat aber ich komme durch nix ja kommt einfach mal durch system denn das weggegangen will aber nicht ich will aber nicht okay dann gleich verschwindet da oben das herr mal auf jetzt flaschen warum machst du das jetzt weil sage ich ja da gehen die dann die anderen auch weg sind wir beide hier drin voll was ein blödsinn ach das schutzschicht geht erst hin wenn man darauf geht ja ich glaube das war nicht so richtig aber warte ja das klingt aber nix wenn du es da oben hinsetzt warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal siehst du das hier mach mal die kämmern bei dir was ist das da kommst du irgendwie rüber du kannst wahrscheinlich da oben drauf land laufen du musst versuchen wahrscheinlich da hoch zu kommen erstmal ja da meinst du warum die platte jetzt hier ist die guck mal hier wo ich drauf gucke weißt warum die da ist weil da noch ein portal nehmen müsste und einer da durchschweben müsste wenn ich da guck wenn da nämlich das andere ist das problem ist ja wenn ich hier wieder durchgehe dann ist das dann wieder weg du dievel echt ich hasse solche ich hasse solche Level ah Bratwurst Level hast du solche Level echt ja da ist aber auch nur ein Schutzschutz das ist alles Problem ja ich weiß hä warum kannst du denn ach so da oben ist nur der Kreis warte mal ne oh ja also das geht ja nicht da durchzuschießen das ist also wenn ich hier durchgehe dann verschwenden die pfui ne das ist ja echt äh bö 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 ah Centos ja du springst da du würdest dagegen springen na wogegen sind das Ding da oben na sonst mach mal ist da oben frei mach mal da ja deswegen hatte ich dir grad diesen dummen Gedanken du kannst doch bestimmt wieder dagegen schießen oder ja aber nicht von hier oben das kannst du was kannst du in den oben doch mach mal doch doch das schief gesetzt ist da oben irgendwas ich guck gerade mal bei dir hier ist nur der ausgang wie komme ich denn jetzt dahin weil hier ist auch kein würfel wenn ich das problem wenn ich runter gehe ist das ding natürlich weg also meist das portal eigentlich noch dahinter ich probiere mal wenn ich hier stehe ob das untere partei weg passiert nichts bei eben ist in der plattform gekommen ja ich weiß wo du hochgesprungen ist aber ich muss erstmal irgendwie wieder festes land erreichen ach sind wir blöd jetzt mal irgendwo ein portal wo du grad hinsetzen kannst ernsthaft sind wir so blöd schießt man das andere dahin eindeutig super schlecht das ist auf jeden fall supergeil warum sind wir nicht drauf gekommen nein ja außer du wärst wieder irgendwie durch den dummen zufall wie auch immer wieder runter gefallen das kann echt nur dir passieren so das ist der letzte test der standardstrecke extra für euch was haben wir denn hier ich dachte ihr freut euch mal über eine kleine herausforderung ok der dreht wieder so viel spaß erstmal drüben doch du gehst du gehst rüber ich habe meine portale gerade gesetzt ich bin immer drüben du arsch ne hier spring schon mal durch spring mal ins portal rein ich schau grad nur mal kurz ich guck gerade nur mal da drüben brauchen wir auf jeden fall den wirftel ne andere wahl wirst du nicht haben ich weiß ich hab ja nur geguckt du penis tschau jetzt weiß ich warte ich kann dich auch ja warte ich weiß nicht was du kannst auch natürlich jetzt gezerquetscht werden ähm warte mal warte mal warte 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 das dunkelblaue ne nicht das dunkelblaue doch doch ja aber dann musst du rechtzeitig ich weiß mach einfach jetzt jetzt ich bin blöd jetzt muss ich wieder das dunkelblaue wow 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 was denn ne mach mal wieder zurück bitte jetzt 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 rechtzeitig schießen müssen warte ja dann mach doch mal das ist mir nicht das problem rechtzeitig zu schießen wow wieder zurück wow schnell durch 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 da durch da kack lass mich mal runter du bist ich weiß nicht warum du sagst nicht dass du schießt du hast du hast du hättest da bleiben müssen da auf der ecke da ja mir auch und tschüss und tschüss warum hast du es gerade gemacht warte mal geh mal wieder rauf runter tot komm 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 ich hab mir nicht grad voll schieß jetzt kannst du runter gehen jetzt komm ich mal nicht rechtzeitig man muss ja eben erstmal gucken wie das denn ist oh oh muss oh ich hab's nicht gesehen da oben ey 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 wo ist denn der button dafür nein scheiße bitte lass mich runter hey wie kommst du jetzt die sachen wie kannst du jetzt die sachen rüber geben wollen sie nicht da rum ach da alles klar aber dann brauche ich eigentlich warte mal welches muss ich denn doch das ist immer das dunkelblaue ja hier rauf ja btf ja weil du den würfel hältst du vogel dann spackst du so rum eh warte mal oh hier komm man so durch ja musst du du kannst mich auch wieder hoch holen und zwar hier durch hier ist mir nicht noch ne platte ja ne ähm doch mach mal da das rote hin warte ja ich muss hier jetzt mal hoch zu dir dann kannst du ich weiß aber nicht wie du rüber kommen sollst einfach rüber fliegen gleich jetzt mal ernsthaft wie willst du rüber kommen das gelbe das du das da da auf dieser schrägen das